Mit einem brisanten Interview mit Alexander Gauland, dem Gründer der AfD, hat die politische Szene Deutschlands gerade ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und sehen Sie, was er gesagt hat, wird den Menschen Anlass zum Reden geben. Gauland sprach über die Politik hinter den Kulissen, mögliche Koalitionsbündnisse und sogar kontroverse Themen rund um CDU und BSW. Wenn Sie sich für Politik interessieren, bleiben Sie bei uns. Denn dies wird sich auf die Zukunft des Landes auswirken. Gauland hat von Anfang an darüber gesprochen, wen er als potenzielle Koalitionspartner sieht. Und einige der Antworten werden Sie vielleicht überraschen. Er brachte es direkt auf den Punkt, in dem er BSW offen kritisierte und deutlich machte, dass er nicht an eine sofortige Zusammenarbeit glaubt. Aber was das Ganze noch faszinierender macht, ist die Tatsache, dass er gleichzeitig verriet, dass bereits einige Gespräche hinter den Kulissen geführt werden. Das stimmt. Hinter den Kulissen passiert etwas. Und wir wussten es kaum. Sagen Sie mir nun, was halten Sie von diesem möglichen Ansatz? Wird es passieren oder nicht? Reden wir über BSW. Inmitten all dieser Verwirrung betonte Gauland, dass es eine große Debatte zwischen BSW und AfD gebe. Und diese Debatte spaltet die Meinungen. Einerseits glauben einige AfD-Mitglieder, dass ein Bündnis mit dem BSW eine Katastrophe wäre. Warum? Nun befürchten Sie, dass dies die Partei zu einer linkeren Politik drängen wird, insbesondere in Wirtschaftsfragen, was letztlich dem Image der AfD schaden könnte. Und Sie, was halten Sie von dieser Möglichkeit? Sollte sich die AfD vom BSW entfernen? Nun gibt es auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, dass die AfD nur gewinnen muss, auch wenn BSW im Spiel ist. Sollte es der AfD gelingen, in die Regierung zu gelangen, habe sie laut Gauland die Chance, wirklich etwas zu verändern. Was ist, wenn Sie nicht reinkommen? Dann machen Sie weiter mit dem, was Sie am besten können. Opposition. Er erklärte, dass die AfD diese Rolle meisterhaft gespielt habe und die Partei eine der größten Oppositionskräfte sei, die es in Deutschland in letzter Zeit gegeben habe. Stimmen Sie dieser Ansicht zu? Ist die AfD tatsächlich die stärkste Oppositionspartei in Deutschland? Sagen Sie mir Ihre Meinung in den Kommentaren. Darüber hinaus äußerte Gauland einige sehr gezielte Kritik an der CDU. Sollte die CDU mit dem BSW koalieren, könne dies seiner Meinung nach ein gefährlicher Schachzug werden. Tatsächlich wollen viele CDU-Wähler nichts von einer weiteren linken Politik wissen, wie sie der BSW mit sich bringen könnte. Diese Wähler unterstützen immer noch eine konservative, rechte Politik. Und jetzt? Läuft die CDU Gefahr, durch die Überlegungen zu dieser Partnerschaft die Unterstützung ihrer Basis zu verlieren? Was ist Ihre Meinung dazu? Ein Punkt, der große Aufmerksamkeit erregte, war, als Gauland über rechte Parteien in Europa sprach. Für ihn muss sich die AfD keine Gedanken darüber machen, was andere rechte Parteien, etwa die von Le Pen in Frankreich oder Meloni in Italien, denken. Gauland betonte kategorisch, dass die AfD sich auf die deutsche Politik konzentriere und dass externe Kritik die Partei nicht betreffe. Dies wirft eine interessante Frage auf. Ist die AfD auf der europäischen Bühne wirklich isoliert oder kann diese Strategie funktionieren? Glauben Sie außerdem, dass die Meinung anderer Länder für die Innenpolitik Deutschlands von Bedeutung ist? Lasst uns debattieren. Kommen wir nun zu einem Thema, das sie bewegen könnte. Gauland sprach auch über Atomkraftwerke, und hier ist eine merkwürdige Tatsache. Während Deutschland weiterhin seine Atomkraftwerke abschaltet, baut China Hunderte davon. Gauland stellte die Frage, ob wir mit dieser Richtung auf dem richtigen Weg seien. Sollte Deutschland seine Energiepolitik überdenken? Was denken Sie, treffen wir in diesem Bereich wirklich die richtigen Entscheidungen? Aber das Interview hörte hier nicht auf. Der umstrittenste Teil kam, als Gauland sich zu der Möglichkeit eines Verbots der AfD äußerte. Ja, das stimmt. Er schließt nicht aus, dass in Zukunft ein Verfahren zum Verbot der Partei eingeleitet werden könnte. Allerdings betonte er, dass ein solches Verfahren Jahre dauern könne. Also, was ist deine Meinung? Droht der AfD ein Verbannung aus der deutschen Politik? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Ich bin gespannt, was Sie denken. Gauland ging noch weiter und erklärte, dass der Versuch, die AfD zu verbieten, ein schwerwiegender Fehler sei, da dies die Spannungen unter den Wählern nur erhöhen würde. Er ist der Meinung, dass politische Debatten mit Argumenten und nicht mit Verboten gelöst werden sollten. Stimmen Sie ihm zu? Was wäre effizienter? Mit der AfD debattieren oder versuchen, sie zu verbieten? Teilen Sie Ihre Vision mit uns. Ein weiterer Höhepunkt des Interviews war, als Gauland sich zu Björn Höcke, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD in Thüringen, äußerte. Kürzlich entschied ein deutscher Richter, dass Höcke offiziell als Faschist bezeichnet werden könne, worüber auch Gauland sprach. Er stellte den Nutzen dieser Art von Gerichtsverfahren in Frage und äußerte Zweifel an der Wirkung dieser Anschuldigungen. Was halten Sie davon? Beeinträchtigen diese Gerichtsentscheidungen das Image der AfD oder stärken Sie lediglich die Unterstützung ihrer Basis? Teilen Sie Ihre Gedanken gerne in den Kommentaren mit. Auch im Hinblick auf die CDU betonte Gauland, dass sich die Partei von der Politik Angela Merkels distanzieren müsse, wenn sie als konservative Partei bestehen wolle. Er lobte sogar einige CDU-Mitglieder für den Versuch, diese Kurskorrektur vorzunehmen. Aber reicht das? Muss sich die CDU wirklich verändern, um auf der politischen Bühne relevant zu bleiben? Was denken Sie? Hinterlassen Sie unten Ihre Meinung. Ein weiterer interessanter Punkt im Interview war, als Gauland die Möglichkeit einer Minderheitsregierung erwähnte. Seiner Meinung nach wäre es nicht verwunderlich, wenn wir in Zukunft eine von der CDU mit Unterstützung anderer Parteien gebildete Regierung sehen würden, die aber keine Mehrheit im Parlament hat. Dies wirft eine Reihe von Fragen auf. Kann eine Minderheitsregierung effektiv sein? Ist die CDU bereit, dieses Risiko einzugehen? Und natürlich, wie würde sich die AfD dazu positionieren? Ich möchte deine Meinung wissen. Abschließend machte Gauland eine interessante Beobachtung über die Medien und die Art und Weise, wie sie über die AfD berichten. Er sieht eine Tendenz, Zitate zu manipulieren und die Aussagen von AfD-Politikern zu verfälschen. Ihm zufolge ist dies Teil einer Strategie, die Partei zu diskreditieren. Was denken Sie? Haben die Medien fair über die AfD berichtet oder wird versucht, die Partei zu schwächen? Abschließend lässt sich sagen, dass Gauland und die AfD im Mittelpunkt einer der intensivsten Diskussionen in der deutschen Politik stehen. Das Interview war voller Enthüllungen und kontroverser Punkte. Und es besteht kein Zweifel, dass dies in den kommenden Wochen für viele Debatten sorgen wird. Das Wichtigste ist nun, was denken Sie über all das? Stimmen Sie Gaulands Ansichten zu? Glauben Sie, dass die AfD auf dem richtigen Weg ist oder muss sie ihre Strategie ändern? Die mögliche Partnerschaft der AfD mit anderen Parteien wie der CDU und dem BSW wirft eine Reihe von Fragen auf, die über einfache politische Bündnisse hinausgehen. Wird es diese Kooperationen tatsächlich geben? Und wenn sie tatsächlich eintreten, welche Auswirkungen werden sie auf das Leben der Wähler und die Richtung haben, die das Land einschlagen wird? Klar ist, dass die AfD für Gauland bereit ist, eine entscheidende Rolle zu spielen, sei es in der Regierung oder in der Opposition. Aber was ist mit dir? Glauben Sie, dass die AfD das Zeug dazu hat, weiter zu wachsen und sich zu stärken? Glauben Sie, dass die AfD für Gauland bereit ist, dass die AfD für Gauland bereit ist? Und wenn sie sich die AfD für Gauland bereit ist, dann bin ich auf den Weg zu stellen. Vielen Dank.